Der Kopierstempel ist in der Lage, ein Muster von einer anderen Position aufzunehmen und an einer gewünschten Stelle exakt aufzutragen. After Effects erweitert dies, um die Möglichkeit, auch von einem anderen Zeitpunkt Inhalte aufzunehmen und abzumalen. Der Kopierstempel innerhalb von After Effects ist wirklich ein sehr mächtiges Werkzeug und das möchte ich Ihnen in diesem Video beweisen. Sehen wir uns mal an, was wir hier haben. Es handelt sich um ein relativ altes Video von einer befahrenen Straße mit Fußgängern darauf. Und wenn Sie ganz genau hinsehen, hier an dieser einen Stelle, da gibt es einen kleinen Bildfeder, was ja durchaus oft vorkommen kann auf älteren Videomaterial. Ein kurzer Hinweis an dieser Stelle. Dieses Video wird uns von artbeats.com zur Verfügung gestellt und wir haben diesen Fehler hier jetzt absichtlich eingefügt. Üblicherweise bekommen Sie von Artbeats natürlich fehlerfreies Material. Aber zu Demonstrationszwecken und weil es sich eben bei solchen älteren Videomaterial oftmals um solche Fehler handelt, möchte ich das hier anhand dessen demonstrieren. Wir haben also in unserer Komposition, die sich in den Demodaten Motion Design Paint CS55, es gibt auch eine andere Datei zu CS4 noch, in der Komposition 07a Scratch Removal Start befindet. Eben ein Video eingefügt in dieser Komposition und dort habe ich auch mit einer Marke hier genau diesen Frame markiert, wo dieser Fehler jetzt vorkommt. Und um diesen herauszunehmen, hilft uns jetzt eben der Kopierstempel. Starten wir mal uns den Kopierstempel prinzipiell anzusehen. Wenn ich den nämlich hier oben aufrufe, also als mittleres meiner drei Malwerkzeuge, dann sehe ich durch diese Option Felder automatisch öffnen, dass sofort Pinsel und Malen hier unten erscheinen. Ich werde jetzt mal alles ausblenden, was ich sonst nicht brauche und kann dann eigentlich schon loslegen. Zunächst einmal ist dieser Kopierstempel natürlich sehr praktisch, wenn Sie beispielsweise innerhalb des Videos in Echtzeit einen Bereich an einer anderen Stelle nochmals kopieren wollen. Also wir können beispielsweise mit diesem Kopierstempel jetzt arbeiten und ich muss dazu zunächst mal doppelklicken, dann bekomme ich das hier in der Ebene geöffnet und sehe jetzt hier in der Bearbeitung, dass ich natürlich meinen Pinsel auswählen kann. Jetzt sollte ich die Alt-Taste drücken, dann erscheint ein solches Fadenkreuz und das gibt mir die Quelle an, von der ich kopieren möchte. Also da klicke ich jetzt einmal hier auf das Auto. Das wurde jetzt schon im Hintergrund gesetzt und jetzt kann ich einfach starten, genau das hier abzumalen. Und natürlich mit all den Einstellungen, die Sie jetzt schon kennen aus dem Malen und aus den Pinselspitzen angaben. Weil es sich hier natürlich um Echtzeit-Video handelt, wird auch das dann in Echtzeit wiedergegeben. Das heißt, wenn wir uns das jetzt mal hier ansehen, dann fährt dieses Auto genau an dieser Stelle nochmal durch. Das ist also ähnlich wie in Photoshop, nur dass wir eben hier jetzt durch das Videomaterial wirklich auch eine Echtzeit-Anpassung dieses Bereichs hier bekommen. Wie Sie sehen, habe ich jetzt konstant dies eingefügt. Das heißt, ab dieser Stelle wird dann immer dieses Feld den Videobereich, den ich hier als Quelle angegeben habe, wiedergeben. Ich mache das jetzt nochmal rückgängig. Was wir hier machen wollen, ist diesen Fehler hier entfernen. Und dazu gibt es eben eine zweite Möglichkeit. Und zwar finde ich die im Malen-Bedienfeld weiter unten. Das heißt, ich schiebe das Ganze jetzt mal hier rauf und hier sehen Sie die zahlreichen Möglichkeiten der Einstellung, die Sie jetzt für Ihren Kopierstempel festlegen können. Und hinweisen möchte ich hier vor allem auf diese beiden Optionen. Wir werden vielleicht jetzt mal das Malenfeld auch hier nach oben legen. Und dann haben wir einfach die Zeitleiste hier unten stehen und können zwischen Pinsel und Malen hier hin und her schalten. Mit dem Versatz kann ich festlegen, wie weit Ziel und Quelle voneinander entfernt sein sollen. Das kann ich natürlich auch zurücksetzen auf Null. Und das entspricht einfach jetzt eben dem Setzen meiner Quelle. Und wenn ich meinen Stift an eine beliebige Stelle fixiere, dann sehen Sie hier diesen Versatz. Ich setze das aber jetzt nochmal auf Null, denn ich möchte jetzt hier eine Quellzeitverschiebung vornehmen. Sie können also nicht nur zum Beispiel zum Entfernen dieses Fehlers hier aus dem Himmelbereich hier drüber malen, sondern wenn Sie sich das Video mal genauer ansehen, dann finden Sie heraus, dass zum Beispiel in dem Frame davor ja dieser Fehler nicht enthalten ist. Und da sich besonders in diesem Bereich eigentlich fast nichts tut in diesem Video, kann ich dies sehr gut entfernen. Also werde ich jetzt hier als Quellzeitverschiebung einfach minus 1 angeben. Und wenn wir jetzt einfach hier malen, so ist es natürlich die Frage, wie können wir jetzt wirklich diesen Strich hier abdecken. Dazu ist wichtig, dass Sie nochmals zu den Pinsel-Einstellungen im Bedienfeld wechseln und sicher gehen, dass Sie hier unter Größe nicht den Zeichenstift druckfestlegen, sondern den mal ausschalten. Ihr Pinsel sollte jetzt mindestens so groß sein, dass er eben diesen Fehler hier abdeckt. Und Sie könnten natürlich jetzt von oben nach unten ziehen. Allerdings sehen Sie schon, dass das ein wenig schwierig ist. Es funktioniert natürlich jetzt in dem Fall ganz gut. Ich mache das jetzt nochmals mit Command oder Strgzeit rückgängig. Und ich verrate Ihnen den anderen Trick. Sie können einfach auch hier sich nach oben stellen, dann die Shift-Taste gedrückt halten, einmal wählen und nochmals die Shift-Taste. Und dann haben Sie hier einen geraden Strich darüber gesetzt und Sie sehen, der Fehl ist entfernt. Also jetzt wurde einfach von einem Frame davor dieser Bereich hier übermalt. Da sich hier nichts besonders viel endet in diesem Video, wird diese Anpassung noch überhaupt nicht auffallen und genau das wollen wir ja bei der Korrektur von solchem Material erreichen. Also hier ist der Fehler. Ich klicke nach oben mit der Shift-Taste nach unten und habe es damit entfernt. Also auch das eine kreative Möglichkeit und den Kopierstempel nicht nur anhand der Position, sondern auch anhand der Zeit innerhalb von After Effects zu verwenden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.